Willkommen zurück zu Outworld Ames Exodus. Wir sind der fliegende Sleek in Zulag 8 von der Soulstorm Brauerei. So. Kleine Slogs. Ah, wie süß. Ah, wie tot. Ähm, wir müssen schon die ganze Zeit nur Slogs töten. Bist du doof oder was? Was machst du? Lästige mich nicht. Der nervt mich vielleicht ab. Sorry. Keine Absicht. Vielleicht auch doch. Wow, aufpassen, dass ich mich nicht selbst zerstöre. Das wäre das. Ah, wir können die Mudarkons befreien. Sehr schön. Oh, die LOL Mudarkons. Die machen immer LOL, LOL, LOL. Hi du. LOL. Ob es das LOL schon damals gab? LOL. Ähm. Schön. Mein Gott, das ist eng hier. So. LOL. LOL. Wie ist gar nicht aufhören. Ähm. Kommen wir noch weiter? Da ist ein Slog in Kanal. Mit Sicherheit Stinks Bombs. Gott. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht mehr. So. Und tschüss, Mann. Nerv nicht. Hi du. Oh, jetzt hätte ich fast eine Bombe geworfen. Lass mich mal durch. Weiter ging's da nicht. Äh. Wir brauchen vier Mudarkons, ne? Ist klar. In diesem Slog gibt es vier. Eins. Wir gehen hier durch. Zwei. Drei. Das müsste klappen. Vier. Da schläft aber noch was. Das ist ganz schön. Das fies. Okay, wir haben keine große Wahl. Wir werden jetzt diese vier Mudarkons befreien. Ape, wo bist du? Aha. Am Ausgang. Den mal schon mal aufmachen. Na, wer ich da durchgegangen wäre jetzt, hey. Übrigens kann ich ohnehin mal wieder Quicksave machen. Bei allen Entschuldigungen, ne? Mach das sofort. Okay. Zu viel Helium, hey. Ihr alle. Ja. Okay. Okay. Du. Lul. Ihr alle. Hi. Sorry. Ja. Wenn ihr da am Weg steht. Sorry. Okay. 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 Du auch. Sorry. Okay. 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 Jetzt wird es dramatisch. Da kommt bestimmt was raus. Okay. Da wird dann alles haben. Da kommt nichts raus. Eine Armee von Mini-Slots. Das ist ja cool. Die können aber nicht ansatzweise mit mir Schritt halten. Schade eigentlich. Ich finde, da hätten wir noch große Slots reinpacken können. Die einen dann jagen. Okay, das wär's. Vier im Zulag. Vier gerettet. Irgendwie ist das voll wenig. Ähm. Zulag eins bis fünf haben wir geschafft. Und Zulag acht. Jetzt kommt neun oder was? Das macht doch keinen Sinn. Seufz. Das ist ein scheiß Zulag. Das ist ein richtig scheiß Zulag. Wenn der schon so anfängt. Ah, ui. Natürlich. Wir können den Sieg übernehmen. Ja, das Problem ist. Ihr seht's da oben links gleich. Wenn's wieder... Da ist das Bild. Beeilst du dich bitte? Da ist ein Sieben. Oh, scheiß. Wir können den nicht übernehmen. Da ist ein Sieben. Das bedeutet, wir sind in Etage sieben. Also, es gibt hier sieben Etagen. Oh, das war saukompliziert. Das war sauschwer. Aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie man das hier macht. Ist ja furchtbar. Zu dem können wir ja nicht. Okay, so ist vielleicht nicht verkehrt. Wenn er natürlich nach rechts guckt, müssen wir rüberspringen. Aber wenn er genau in diesem Moment weiterguckt... Aber was bringt uns das? Wir können da nichts erreichen. Wir müssen den Hebel ziehen. Scheiß Dreck. Sind die Wodakens normal? Vielleicht können die am Hebel ziehen. Was können sie? Wir haben nichts davon, wenn wir... Was ist das für ein Scheiß? Das geht niemals. Wieso wollen wir das anstellen? Wir verpassen ihm nur Aufheiken. Oh, geil. Es ist Zeit für die Solstern-Fragestunde. Wo zum Teufel bin ich? Du bist in der Vorstandsetage der Klackens. Ein ziemlich schwieriger Ort. Das sei denn, du bist ein Klacken. Vielleicht solltest du einen aus dem Büro rausholen. Das Recht steht auf Seite des Besitzenden. Mit freundlicher Unterstützung von Rapture Farms. Slurk-Basher. Ob draußen oder daheim. Er schmeckt besser mit Schleim. Ja, die Slurks haben sie auch. Oh Gott. Na gut. Lassen wir das. Hm. Dich können wir auch nicht übernehmen. Wir können gar nichts machen, ey. Wir werden uns das erstmal angucken. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir landen bei zwei. Wir haben da Fürze. Ich habe gerade so zum Brühe getrunken. Was soll ich jetzt tun? Nur nicht furzen. Du könntest eine Sicherheitskugel zerstören. Nicht denken. Trinken. Ähm. Wie viel Brühe haben wir denn im Automat? Sieben. Das ist, denke ich, doch okay. Ich frage mich halt ernsthaft, wie sollen wir hier was erreichen, Mann? So nicht. Dreh dich nach. Oh Gott, wir müssen ganz schnell in den Schatten laufen. Lol. Was bist du nur für Lasche, ey? Scheiß, Dreck. Keine Ahnung. Brunnen aktivieren auf. Geh weg. Ah, wir werden mir lieber gleich reingesprungen. Na los. Tschüss. Oh, hallo. Okay, dafür kommen wir jetzt nach... Bitte nicht nach ganz oben. Na toll. Was soll ich jetzt hier tun? Du bist ein hektischer Vogel. Ich krieg dich. Ach, er schießt dann den Mudaken ab, ne? Wir hätten also von der Prühe trinken müssen. Aber damit können wir die Sicherheitskugel ganz oben nicht zerstören. Boah. Oh, Mann. Was ist das? Wie soll ich mich jetzt umbringen? Na gut. Wir werden schon eine Möglichkeit finden. Wo landen wir denn? Bitte wieder unten. Gut. Wir brauchen die blöde Prühe. Boah, wieso wir da jetzt wieder wegkommen? Sollen wir den Sleek schlagen? Boah, das ist schon die koordiniert. Das ist hart, das ist hart. Schon an dieser ersten Etage ist so hart. Du bist ein Freak. Jetzt ist er unten. Ob das schlau war? Vielleicht gar nicht so... Okay, scheiße, wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch der Welt, ey. Das bringt uns alles nix, ey. Es gibt nur nicht mal einen Ort, wo wir unseren Furz irgendwie steuern können. Außer wir tun hier die Kugel. Bäh. Ich ahne das Schlimmste. Es geht alles nicht, ey. Nix ist los, gar nix. Alles. Alles cool. Wir warten mal und dann schleichen wir uns einfach. Voll unauffällig, dass der... Kommunikator da anspringt, aber... Ne, na gut. Boah. Kriegen wir die Prühe. Tatsächlich, das geht sogar. Der merkt's nicht. Und wenn du dich wieder drehst, kann ich doch... Oh, wir sind nicht in Sicherheit, oder? Scheißdreck. Und tschüss. Doch. Geil. Du bist fällig. Geil. Okay. Das bringt nur den Brunnen. Na gut, können wir irgendwie nach oben? Da nicht. Da nicht. Die Mundarken können wir jederzeit rausholen. Wir tanken mal. Boah. Jetzt werden wir wieder nach ganz oben geschleudert. Das bringt uns die Fürze dort. Da können wir die Kugel zerstören. Und da? Dann sollen wir hier den Sleek töten. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Nix. Quicksave. Und dann furzen wir ihn an. Ach, scheiße. Er muss sich nach rechts drehen. Oh, Mann. Ohne Scheiß, Leute. Das ist der schlimmste Zulab von allen. Also keine Angst, dass da was Schwäheres kommt. Und das hier ist der schlimmste Zulab von allen. Verspreche ich euch. Ohne Heilig. Nix. Tret euch nur mal um, bitte. So. Immerhin. Wow. Da sind wir nicht in Sicherheit, ne? Wir könnten unseren Furz aber hochschicken. In Etage zwei. Ne, hö. Wir haben nur noch, wir haben nur begrenzte Anzahl, ne? Wir dürfen hier nichts falsch machen. Wir können uns das verbauen. Übernehmen. Und jetzt da, wo es Sinn macht. Aber wo macht es Sinn? Bei dir? Vielleicht. Bei dir? Vielleicht. Vielleicht auch bei dir. Aber ich glaube, wir kümmern uns erst mal um dich. Ob das schlau war? Ich glaube, wir haben genug Brühe, um die anderen Sleaks auch noch zu bashen. Einen kriegen wir noch. Etage sieben und sechs sind gereinigt. Aber wo kriegen wir eigentlich einen Klacken her? Sieben und sechs sind gereinigt. Dann jetzt fünf. Hi, du. Es darf nicht wahr sein. Okay, Leute. Weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao. Ciao. Ciao.